In diesem Video gebe ich dir einen Einblick in das Störungsbild der Pulmonarstenose. Unter dem Sammelbegriff Pulmonarstenose werden mehrere, meist angeborene, seltener auch rheumatisch entzündliche oder durch andere Prozesse bedingte Einengungen in der Ausflussbahn von der rechten Herzkammer zur Pulmonararterie verstanden. Man unterscheidet verschiedene Formen. Die infundibuläre Pulmonarstenose im muskulären unteren Ausflusstrakt, die valvoläre Pulmonarstenose als Stenose der mit den drei Taschen angelegten Pulmonalklappe, die supravalvoläre Pulmonarstenose im Hauptstamm der Lungenschlagader und die peripheren Pulmonarstenosen als Stenosen der Lungenschlagaderäste. Pulmonarstenosen ohne Kammerscheidewandeffekt machen etwa 10% aller angeborenen Herzfehler aus, wobei es sich bei mehr als 90% dieser Fälle um eine valvoläre Pulmonarstenose handelt. Die infundibuläre Pulmonarstenose kommt weniger häufig vor und ganz selten sind die supravalvolären und peripheren Stenosen. Auch als Teil von komplexen angeborenen Herzfehlern kommt die Pulmonarstenose vor. Eine valvoläre Pulmonarstenose wird durch einen zu engen Klappenring und durch eine Fehlbildung der Klappentaschen, also nur durch eine zweizipfelige Anlage oder die Formierung und Verdickung der verwachsenen Klappentaschen, entsprechend verursacht. Bei der infundibulären Stenose ist die Verengung der Ausflussbahn kurzstreckig, membranartig oder auch langstreckig und röhrenförmig angelegt. Durch breite Muskelbündel kann die rechte Herzkammer geradezu in zwei Kammern geteilt werden. Abhängig von der Enge der Stenose steigt der Druck in der Herzkammer und die Muskelwand wird stärker. Schwere Pulmonarstenosen können auch zu einer Rechtshetzinsuffizienz und einer Erweiterung der Herzkammer führen. Leichte Stenosen verursachen keine Beschwerden. Bei mittelschweren Stenosen kommt es zu einer Kurzatmigkeit und leichter Lippenzyanose bei körperlicher Belastung. Schwere Stenosen bewirken schon im Ruhezustand eine beschleunigte Atmung und auch Zyanose, die sich bei Belastung verstärken. Dann wird auch die körperliche Entwicklung beeinträchtigt. In der Auskultation ist ein systolisches, spindelförmiges Austreibungsgeräusch über dem zweiten Interkostalraum linksparasternal zu hören, das mit einem tastbaren systolischen Schwirren über der Herzbasis palpiert werden kann. Häufig tritt ein weitgespaltener zweiter Herzton auf. Des Weiteren kommen weitere Untersuchungsmethoden zur Anwendung. Eine Ultraschalluntersuchung des Herzens, ein EKG zur Diagnostik der Rechtsherzbelastung, Herzkatheterlabor zur Abklärung vor Operation sowie zur Bestimmung der Wirkung von gefäßerweiterten Substanzen sowie auch MRT, CT oder Zintigraphie zum Ausschluss einer Lungenembolie. Leichtere Stenosen sind nicht behandlungsbedürftig. Für mittlere und höhergradige Stenosen steht heute die Dilatation mit einem Ballonherzkatheter zur Verfügung. Selten ist der Ersatz der Herzklappe notwendig. Als Ersatzklappen kommen künstliche Herzklappen, menschliche Klappentransplantate oder sogenannte Bioklappen aus tierischem Herzbeutelgewebe in Frage. Bei schwierigen Fällen wird eine Operation mit Herz-Lungen-Maschine durchgeführt. Bei Stenosen, die durch Gefäßverengung in der Lunge verursacht werden, kann unter anderem eine Behandlung mit Vasodilatatoren durchgeführt werden. Dieses Krankheitsbild wird als pulmonale Hypertonie beziehungsweise Lungenhochdruck bezeichnet. Die Langzeitaussichten für die Patienten sind sehr gut mit Ausnahme der pulmonalen Hypertonie. Trotzdem sind lebenslange Kontrolluntersuchungen indiziert. Eine Endokarditis-Prophylaxe ist nach den derzeitigen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie nicht notwendig.